Das Fenster provisorisch mit Brettern vernagelt, im Inneren überall die Scherben der zertrümmerten Vitrinen. Am Montagmorgen gegen 3.55 Uhr rasen zwei Gangster mit einem geklauten VW Golf gegen das Fenster eines Juweliergeschäfts in der Münchner Innenstadt. Sie hebeln ein Fenster auf und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Der Schaden mindestens sechsstellig. Wir haben sehr viele von unseren eigens gefertigten Stücken, die also in unserer Werkstatt gearbeitet wurden. Das ist alles weg. Ja, das wird irgendwie sechsstellig sein. Und es sind ja nur die Materialwerte versichert. Das, was wir geschaffen haben, das haben wir definitiv verloren. Die Doofdiebe verletzen sich bei der Hollywood-Aktion, verteilen quer durch den Laden eine Blutspur. Nach fünf Minuten ist die Polizei vor Ort und sichert die DNA der Täter. Falls die beiden schon einmal polizeilich aufgefallen sind, können ihre Identitäten später klar zugeordnet werden. Oder eben bei der nächsten Tat. Eine sofort eingeleitete Fahndung bleibt zunächst erfolglos. Vermutlich hatten die Juwelendiebe ein Fluchtauto parat. Doch einer der Täter ist immerhin auf einer Überwachungskamera zu sehen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei BILD. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.